Es ist soweit, Leute. Die letzten Crocs erwarten uns in diesem Schloss, den Hyrule Schloss, überrannt von Ganons Armeen. Ach, herrje. So, und ich habe mir was überlegt. Ich werde jetzt direkt zu der Brücke gehen und dort mein Portal aktivieren, denn ich werde nochmal zurückreisen, um mir neue Pfeile zu kaufen, und zwar in Taborasa. Da habt ihr mir ja erzählt, da kann man sich irgendwie total viele am Stück kaufen, und das werde ich einfach tun. In Taborasa hat auch nochmal eine Runde Pennen oder sowas. So, ja, ich kriege hier erstmal ein bisschen Damage, ist okay. Oh, man kriegt ja... Ich wollte gerade sagen, Hülker wäre ja kein Damage, ich kriege das erst jetzt, aber okay, gut. So, und Leute, ich habe jetzt nochmal Offscreen intensiv geguckt, ja, und es fehlen noch zwei Gebiete. Die muss ich mir ja auch noch holen, unbedingt gleich, und zwar tatsächlich hier in Gerudo, ja, so gesehen, Eingang fehlt und Ausgang fehlt. Das sind ja echt nochmal zwei Gebiete für die Map, und ich hoffe die... Ja, ich habe jetzt wirklich nochmal intensiv geguckt, und wenn ich nicht ganz doof irgendwie was falsch gesehen habe, dann müsste das halt alles sein, tatsächlich. So, dann dürfte kein Gebiet mehr offen sein. Hier aktive ich jetzt erstmal schnell mein Portal. So, zack, platzieren. Genau. Okay. So, ich hole mir aber trotzdem noch die zwei Crocs, die hier sind, werde ich mir noch holen. Bevor es halt echt ins Schloss geht. So, wie komme ich denn da hin? Der eine ist wohl echt... Ach, unter der Brücke hier, oder was? So, ähm... Oder auf so einem Ding da drauf. Ne, wartet mal. Oh Gott. Oh, ist nur der Schatten. So, hier irgendwo... Ist wohl ein Croc. Ah, ne, unter der Brücke denn. Okay, wartet mal, kann ich hier irgendwo auch... Äh, hängt da eine Nuss? Da hängt eine Nuss. Okay, ähm... So. Die letzten 20 Crocs, Leute. Jetzt sind bloß noch 19 Crocs. Oh Gott, ey, Leute. Oh Gott. So, wo waren der jetzt? Okay, das ist dann halt wohl... Ist das der oder der? Das sieht aus wie... Ist egal. Einer. Einer auf jeden Fall. So, und jetzt halt... Da unter? Äh... Jupp, hier unter. Okay. Äh... Oh, die Musik, ey. So. Oh Gott, na toll. Jetzt so, wo jetzt hin, ne? Äh... Ja, wo ist wohin? Oh Gott. Hups. So. Toll, wieder klettern. Aber gut, haben wir hier auch alle am Eingang. Und dann geht's halt richtig rein ins Schloss. Dann geht die Kacke richtig los. So. Ach, noch weiter. Da muss ich jetzt noch kurz Pause machen. Pause. Pause. So. Und bitte... Link. Warte mal. herunter. So. Okay. Ja, natürlich, ey. Willst du hier die ganze Brücke langkraxel oder was? Schloss Hyrule. Okay. Äh. Oh, oh. Ich wurde entdeckt. Wow, Alter. Das war knapp. So. Alter, wo willst du hin? Okay. Ey. Was war das denn? Richtig voll weit weg. Oh, cool, Mann. So. So. Ach so, ja. Okay, die Musik ist halt echt hier erstmal. Wow. Alter. Ich wollte doch sowieso gehen. Weil ich weiß erstmal, dass die Karte mehr normal wird. Die Karte muss normal werden. Dann biebe ich mich einfach weg. So, ich kann auch einfach so raus. Habt ihr mir auch erzählt. So, okay, Karte ist normal. So, dann, ups. So, zack. Weg. Hier kann ich jetzt mal wieder hinbiegen. Und jetzt biebe ich mich erstmal. Ist zum Glück ganz leicht. Gott sei Dank. Zu den letzten zwei Gebieten. Und ich hoffe echt, dass die halt, ach ja, Mann. Ich hoffe, ich bringe die noch mehr als 0,08. Weil sonst bin ich, ne, genutzt. Da, 18 Crocs bloß noch. Die sind alle im Schloss. Ich hab auch noch auf der Karte geguckt. Viele sind halt wirklich oben. Es sieht so aus, ob die irgendwo an der Mauer sind. Oder auf irgendwelchen Dächern. Bloß ein oder zwei, die sind halt irgendwo drin. Naja. Ich setz mir einfach da drinnen dann die Maske auf. Und dann wird das schon klappen. Ich werde bestimmt viele Wächter erstmal ausknocken müssen, um in Ruhe die Crocs einzusammeln. Wir schauen einfach mal. Wir schauen. So, einmal hier hinbiegen. Der Weg hat auch nie lang hier rannt, ne? Das ist halt das Doofe. So, ja, das ist ja ein bisschen kalt hier. Na, und Mann. So, ich geh jetzt wieso hier runter. So. Und hier halt ist dann der Eingang der eigentlichen Gerudo-Schlucht. Ich bin halt echt immer nie den Wegen lang gelaufen. Den Wegen bin ich echt nie gefolgt. Deswegen, äh, viele, viele Sachen verpasst. Einfach so. Wo? So, mal gucken, was wir jetzt hier haben. Ne, 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 das nicht. Die Dickdork-Hängebrücke haben wir schon. So, aber halt hier soll jetzt irgendwo noch was sein. Ich guck mal. So, Gerudo-Tal. Toll, ne? Ja, das hatte ich noch nicht gehabt. So, die Prozente sind gut gestiegen. Gut gestiegene Prozente. Okay, ich hatte aber auch noch zwei Crocs geholt. So, Gerudo-Tal haben wir. Hier oben haben wir es nochmal, aber ist nicht schlimm. So, ich glaube aber echt, das sind die Letzten. Ich glaube, das sind echt die Letzten, Leute. Geil. Denn das jetzt nochmal irgendwie über 40% jetzt gleich macht. Also über 0,4%. Gerüchte. An bestimmten Orten verstecken sich bisweilen Waldgeister namens Krog. Weil man viele davon findet, passiert vielleicht was Gutes. Gerüchte. Okay. Kein Plan. So, Leute. Hier nachher jetzt halt, wie gesagt, nächster Ziel. Nächster Zielort ist erstmal Taborasa. Einkaufen. Richtig viel kaufen. Richtig viel Cash ausgeben. Ich glaube, ich verkaufe nur ein bisschen was. Warum nicht? So. Ja, und hier jetzt einfach auch den Weg lang halt. Wieso habe ich denn das irgendwie... Ich weiß doch auch nicht warum. So. Hier bin ich ja auch nie durchgegangen. Ach, geil. Ich frage mich, warum ich hier nicht rangegangen bin. Das ist doch voll geil hier. So. Und wir haben hier... Äh. Was war das denn gerade? Ach so. Die Gerudo-Wüste fängt jetzt hier an. Ja, hier echt noch so ein Gebiet. Okay, das hat das Lelabus echt 0,08 gebracht. So, die Gerudo-Wüste hatte ich vorher noch nicht. Jetzt sollte ich wirklich jedes Gebiet haben. Ich habe halt nochmal intensiv geguckt. 18 Crocs fehlen noch. Und an sich noch 1,5%. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ich glaube, ich lasse ja den Porter gleich bei... Bei dem Schloss. Das ist voll cool. So, kann ich da mal reinigen und farmen. So, jetzt fällt mir halt echt nichts mehr ein. Ich sammle jetzt einfach die Crocs ein, die hoffentlich halt immer mal wieder auch 0,09 bringen oder sowas. Mal schauen. Auf Reisen mit deinem Lieblingspferd. Wunderzogene Pferde folgen von sich aus den Wegen. So kannst du auch ganz auf die Umgebung dich konzentrieren. Ist doch cool. Ja, cooler wäre jetzt erstmal, wenn mir der olle Orni Pfeile vertickt. Ich brauche ganz viele. Und ihr habt irgendwie echt jemand, das gibt 50 Pfeile oder was? Kalt mir bei den Kurven? Habe ich das richtig noch in Erinnerung? Ist schon eine Weile her, als der Tipp kam. Weil ich war ja schon öfter mal, äh, Pfeillos. Und da schreitet ihr natürlich, Fans und Zuschauer gleichermaßen, schreitend zur Tat und wollen mir natürlich die Tipps geben. Wegen Marcel, Pfeile, kauf sie dir in Taburasa. Also nicht immer ganz in so netten Ton, aber das blende ich einfach aus. Und ich verstehe ja, wie es gemeint ist, ne? Also, äh, danke, Taburasa. Ja, hier, ne, hier einen Beam-Spot sich zu machen, ist Quatsch. Hier kann man sich geil hingleiten lassen. Ich werde aber jetzt so wirklich nicht alle Crocs mehr finden können. Eben halt auch wegen der Aktion gerade, dass hier irgendwie alles Fail war. So, also, das ist ja wirklich ganz schön viele Pfeile, Alter. Bombenpfeile, mal zehn. Alter, ist das teuer, ey. Äh, wie viel werdet ihr? Alter, hör damit, Mann. So ist ja cool, so. Ah, also, verstehe. Boah, eben her, Mann. Boah. Okay, das sind jetzt wie viele Pfeile? Keine Ahnung. Ich kauf mir das einfach leer und verkauf mir den kleinen Orbert. Feuerpfeile mal zehn? 700 Bubis? Alter, du kastest ja richtig rein. Na, und, Mann. So. Guck ich dem erstmal richtig. Alter, 700! Ist mir egal. So. Eine Elektrofeile kostet zehn. So, ich kann... Ich kaufe einfach... Ich verkaufe einfach der Alpen wieder ein bisschen Money da. So, wie farb ich denn jetzt? Boah, 50 Pfeile. Tatsächlich voll geil. Alles klar. Danke, Leute. Das wissen Sie nicht Bescheid. Boah, ist das heftig. Das ist echt heftig. So, kann ich dir nicht irgendwie was verkaufen? Ich habe irgendwie immer Schiss. Warte mal, ich glaube aber... Ähm... Na, was willst du? Komm doch vom Tisch runter. Kann ich... Kann ich gar nicht so mit dir reden und dir was verkaufen? Hallo. So, mal kurz gucken hier. So. Äh, komm mal nur zurück. Geht klar. Warte mal. Willst du kurz mit ihm so reden? Oh, der Freund meines Bruders. Was möchtest du? Ich möchte verkaufen. So. Ähm... Noch mal ein bisschen, weil es fühlt mich echt... Ich habe so wenig Geld. So, was soll ich jetzt mal sortieren? So. Ich habe da aber wieder inzwischen so viele... Ja, die bräuchte alle nicht mehr. Also die hier bräuchte ich schon noch für irgendwelche, ähm... Aufwertungen. Aber Bernstein, glaube ich, nicht mehr. Und wir waren nicht so viele. So. Bringt aber auch kaum was. Leider. So. Mh, 500? So, wieder 6000. Ach, fliegt mich wohl. So, naja, bis zum nächsten Mal. So, die Rüstung bräuchte ich alles nicht. Hier ordnet Liebespaar. Okay, gut. Es hilft nichts. Die letzten Korks warten auf zurück zum Schloss. Ich könnte mich eigentlich auch direkt ins Schloss reinbeamen. Aber nee, nee, nee. Ich will mal hier noch draußen sein, weil... Wenn ich mich da zu dieser komischen Anlegestelle porte, dann bin ich ja innen drinne. Und da komme ich irgendwie immer blöd raus. Aber okay. Alter, ordentlich viel Geld gelassen. Aber dafür ist das Geld da. Dafür ist the money. Dann gucken wir, ob ich alle verballern werde. Hm. Oder ob ich echt mal ein bisschen antike Pfeile benutze. Ich halte trotzdem noch weiterhin immer Ausschau nach irgendwelchen Tonen. Wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, in der Hoffnung noch irgendwelche Drachenteile zu finden, die noch fehlen sollten. Aber ja. Hauptaugenmerk immer noch. Die Pflanzenwesen namens Krox. Also die ersten... Ach ja, ach. Ihr guckt ruhig dann mal schnell rüber von wegen so Musik hin. Schnell mal ein bisschen was merken. Und dann setze ich aber gleich mal eine Maske auf. So. Okay. Ruin von Highwood statt. Maske aufsetzen. Zack. Trotzdem aber behalte ich aber das Ding hier. So. Oder behalte ich, äh... Und dann setze ich das hier ein. Ne. Okay. Also noch mal kurz gucken. Hier. Die werden hier alle... Der ist auf einem Dach. Die werden hier alle außerhalb sein. Okay. Dann kletter ich glaube ich echt als erstes mal hier hoch. Und sammle die hier ein. Fünf Stück. Okay. Moment. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. So. Okay. Wir müssen jetzt mal die Tür wieder aufballern. Die fette Aufschwung-Tür. So. Schlau's Highwood mal. Er wird aber hier zu sehen. Egal. Ich bin weg. Wow. Okay. Let's go. Hier die Mauer erstmal hoch. Revali-Schum is ready. Oh, oh. Äh. Hilfe. Ähm. Oh. Okay, gut. So. Komm, Revali. Achtung. So. Ach, hier war ich ja schon. Stimmt ja. Genau. Die habe ich ja irgendwie nicht gecheckt. Was hier ist. Was hier abgehen soll. Ich habe gar nicht gemerkt. Oh Gott. Äh. Und was dreht er sich wenig? Kann ich einfach von hier schießen? So. Was dreht sich denn jetzt hier? Hier ist noch ein Bogen. Das habe ich schon damals gefragt. Wo hier was sein soll. Wo ist hier was? Da oben bei den Spitzen bestimmt. So. Der sieht mich da hinten nicht. Äh. Wartet mal. So. Oh Gott. Äh. Mann. Das ist doch scheiße. Äh. Oh Gott. Mann. Ach. Ja, wo ist denn jetzt hier was? Müssen sie den kaputt machen oder wie? Äh. Irgendwie. Scheint doch nichts aufzutauchen. Hä? Was soll hier sein? Ach man. Ich muss echt erstmal die Viecher da killen. Die sind doch sonst scheiße. Sonst hat die Map. Ich war erstmal komplett falsch gedreht. Die sind halt irgendwie drei Stück. Äh. Hä? Was willst du von mir? Oder soll ich die einfach alle killen? Äh. Ne. Geht ja gar nicht. Bringt nix. Okay. Wartet mal. Ich muss die erstmal umbringen. Oh oh. Warte, wenn du nicht so gut war. So. Mann. Du scheiß Vieh, Alter. So. Äh. Wow. So. Fittische ist kaputt. Komm, ich muss ja so schwache Vieh. So. Alles klar. Oh, schnell runter. Ja, ich sage, das wird hier echt nochmal ein richtiger Spaß. Und ich habe echt nichts gekocht. Warum auch immer. Ich nichts koche. So den anderen Brissig auch nochmal umbringen. Der nervt sich auch nur. Echt. Oh Gott. Ne. Link kannst du bitte hochklettern an den Dingen. Mann. Das komme ich hier nicht rüber. Was zur Hölle. Umweg. So. Okay. Ah, warte mal. Wie hat die Maske überhaupt gewackelt? Wie hat die Maske überhaupt gewackelt an dem Ding? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, du liebst ja auch noch. Du bist ja der, der lebt, oder? Der nicht immer abballert. So, ich brauche erstmal nur ein Schild. Äh, welche nehme ich denn da? Nochmal so ein Ding. So. Hat der gleich kaputt geballert. Hat der doppelt geschossen? Warum? So. Okay. Vielleicht geht der erst jetzt, dass er... Deaktiviert, oder was? Ich muss mal nochmal gucken. Äh. So, der Weisem ist weg. Ja, und Schirm ist jetzt einsatzbereit. Dafür ist da auch Schirm einsatzbereit. Wow. So, ist ja nochmal so ein Ding. So. Aber... Aha. Okay, hier hab ich jetzt was. Hier hab ich jetzt was. Didi-di-di-di-di-di-di-di. Äh. Ups. Na toll. Moment. Ähm. Nach. Ja, toll. Schirmherrenbogen ist kaputt. Ich hab ja noch welche. So. Ähm. So, eins. Du-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Wo ist der andere? Da kommt er. Äh. Hallo, wo ist der andere? Okay, warte. Äh. Äh. Weil ich seelisch bin, links fresse. So. Einfach mal wieder viel Glück. Nee. So, Achtung. Yeah. Okay. So, ich hab ihn erwischt. So, wenigstens einen. Es kann nur die ganzen Markierungen aller nicht wegmachen, ey. Nun gut. So, ein anderer soll noch hier auf dem Turm sein. An der an der Ecke da. Und halt natürlich. Äh. Hat die Maske wackelt hier? Ist die hier drauf? Boah, die geile Vogelstatue, ey. Stich nice. Hm, nee. Der soll ja da an der Ecke sein. Link, lass doch mal bitte los. Mensch, es Kinder. So, hier irgendwo. Ja, hier wackelt's auch. Was, wo? War doch natürlich hier unten drin irgendwo. Äh. Ist auch geil. Dum, 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 dum. Ba, dum, dum. Hm? Nee, jetzt wackelt er wieder hier. Wo ist wegen was wackelt er? Kein Plan. Ähm. Einfach mal hier runter. Alter, ich bin schnell mit Revalis Sturm. Ist das hart. Ist das Hammer. So. Okay, hier wackelt's jetzt wieder nicht. Wo ist der hier? Wo ist der hier? Wackelt er jetzt wieder? Vielleicht mal wieder ein bisschen hier mitgucken. Irgendwelche Steine. Irgendwelche anderen Dinger. Hä? 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 Irgendwelche sagt er hier mehr an. Bloß was? Dü, 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 dü. Einfach hier jetzt hochklettern. D, 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 d. Das ist echt blöd, dass man hier die Karte nicht richtig hat. An sich. Also macht ja Sinn, weil man will ja auch im Schloss alles sehen und so. Achso, was ist denn gerade doof? So, hier irgendwo. Bloß was? Hier ist an sich gar nichts. Auf dem Turm, da sind ja auch welche. Ich weiß. Aber hier soll irgendwo noch ein dritter sein. Oh, ich hab dir jetzt voll mit der Karte versaut. Äh. Ach, okay. Guck mal nach. Ich hab jetzt extra die Viecher da alle besiegt. Guck mal, jetzt leuchtet der. Äh. Na. So, jetzt leuchtet das Ding, aber... Hier ist immer noch nichts. Was zur Hölle, wo... Äh. Oh mein Gott. Da hinten. Okay, warte mal. Da hab ich ja mein... Ich hab ja zum Glück noch meinen Gerudo-Bogen dabei. Oder mehrere sogar. Ach du Scheiße, Alter. Und... Pfiou. Alter, okay. Warte, das war ein bisschen zu weit. Jetzt muss ich hier echt wieder testen. Aber ich hab ja genug. Noch ein bisschen weiter runter. Pfiou. Pfiou. Geil. Boah. Ne, gut. War aber der, der wirklich hier gerade war. Alles klar. So, tschüss ihm. Nicht dich. Jetzt dreht jetzt sich hier aber nochmal wie bekloppt. Ist ja einfach nochmal... Warte mal, ist hier... Ach so, hier ist ja nochmal zum Pfeil gegen Ballern. Okay. Und... Au je, sind schon zwei nebeneinander. So. Hab ich entdeckt. Okay, dann hab ich hier die drei. Ist cool. Ähm, ups. Ich hab die drei. So, komm, ich muss mir echt hier ein paar Sachen kaputt ballern, ey. So. Yeah. Boom. Okay. Bidim, wadda, wadda. Ist halt nochmal... Ja, ich nochmal gleich da hoch. Ui. Hm. Das soll eigentlich... Hier wackelt er jetzt aber auch nicht mehr. Okay, dann waren das die drei. Genau, ich hab ja auch gesagt, dass sie an sich nur fünf sind. Erstmal hab ich nur fünf gemerkt. So. Ja, dann bin sie das da oben drauf irgendwo. Oder da drin. Mal gucken. Ich hab jetzt aber eigentlich eher... Ja, irgendwo da oben drauf. Na toll. So, ich geh trotzdem mal rein. Obwohl, ne, hier ist ja so ein oller-leuen-Kampf, ne? Ähm. Leuen-Kampf muss jetzt nicht sein. Obwohl, die sind cool. Alter, was zur Hölle. Äh. Pup. Stimmt, der muss sich von der anderen Seite fad machen. Ne, gut, der wackelt nur nischt. Dann denk ich mal... Okay, hier. Hat er sich jetzt gefreut. Ich muss hier gar nicht gegenballern, oder? Ne. Okay. Okay, wo? Oh Gott. Äh. Hallöchen. Ich sollte vielleicht nicht meinen Grudelbogen so verballern. Ne, weil der wird noch wichtig. Ähm. So, das hier war mein Benutzter. Äh. Und. Ja, schön. Drei Pfeile auf einmal reinballern. Er wird richtig viel Damage. So. Wo ist der jetzt hier? Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Stein ist. Warte mal, den müssen wir schnell abballern. Oh, oh. Und. Ja. Pup. Latte lebt noch voll, ist klar. So, jetzt stirbt. Okay. Nee, 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 nee. Hm. 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 So, halt. Hier oben irgendwo. Ja, ist toll. Ich muss wo? Die sind hier echt mies versteckt. Ich würde dann echt immer nur gerne nochmal rausziehen und gucken, wenn ich es noch nicht habe. So, hier hat er jetzt auch oft zu wackeln. Das ist kein gutes Zeichen. Ich stehe mal mal ein. So, kann ich überhaupt an den Dingern hoch? Ja, kann ich. Ich muss jetzt hier erstmal an jedem Pfahl ein bisschen mich hier festklammern. Bestimmt. Ich mach's einfach mal. So, irgendwelche Punkte erscheinen. Nö. So. So, komm ich hier hoch? Ja, Logo. Okay, hier ist auch kein kleiner Art Stein. Hallo, kannst du hier hochlegen? Nee. Link, was machst du? So, hier wird aber einer, wird aber glaube ich echt hier oben sein. Macht ja nur Sinn. So. Okay, hier muss aber irgendwo noch ein zweiter sein. Ja, geil. So, hab ich dich. Oh Gott. Ähm, ähm. Okay. Wui. So, wo ist wo? An irgendeinem Teil hier dran? Hier nicht. Ich glaube, ich sink einfach nochmal schnell ab. Guck nach, wo die Maske wackelt. So. Hier jetzt nicht mehr. Hier wackelt jetzt nichts mehr. Warum nicht? Hier sollen aber eigentlich zwei sein. Oh Gott, hier hat man sich ja dann alles merken muss, ey. Vielleicht doch hier irgendwo drinne. Weil er erstmal der Ding da ab. Auch geht ohne, ich mach mal von der Seite. Warte mal, oben in der Spitze drinne? Das wäre auch wieder gemein, ey. Und wo da oben, das einfach so ein Ballon irgendwo schwebt. Aber nein. Hier wackelt auch nichts. Vielleicht trotzdem mal eher hier runter. So. Hier soll halt nur irgendwo einer sein. Aha. Okay, ich hab ihn. Ich habe ihn. Ja. Nur wo man. Muss er halt noch sein. Ähm. Vielleicht da drunter? Da drinnen? Ist hier irgendwas geiles? Ja, kann nur sein, dass er hier drinne ist. Wartet mal. Hier ist ja ein Eingang. Oh nein, der ist zu. Und da ist... Was ist das denn da? Okay, warte mal kann ich das Ding irgendwie hochheben. Äh. Nee. Wie komme ich denn da hin? Da müsste ich aber auch schon mal gewesen sein. Ja, okay. Von der anderen Seite. Sind die ganzen Gänge alle wieder zu nach einer Weile oder was? Oh Gott. Oh, dann haben wir hier. Geht du das vielleicht? Den Schlüssel. So. Vielleicht ist hier irgendwo der... Quok jetzt drunter. Nee. Aua. Mendo. Hier wackelt es aber auch immer noch. Nicht, dass es hier irgendwie ein anderer gleich ist. Alter. Ballert mich die ganze Zeit ab. Von der anderen hinten irgendwie um die Ecke rum. Ist klar. Sind wir jetzt aber leider irgendwie ein bisschen... Ich habe mir echt nichts zu essen gemacht, ne? Pfeil, Pfeil habe ich gedacht. Aber Essen? Nö. So, go, go, go. Es sieht kalt, meine Äppel. Oh yeah, 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 yeah. Go, go, go. Wenn man so viele Äppel hat, ey. Da muss man die einfach reinballern. So. Okay, jetzt ist hier halt irgendwo einer. Ja, wo ist wo? Okay, ich gehe einfach mal... Hier rein. Ich hoffe, dass ich hier was finde. Ja, ist okay. Tür hier zu. Na und, Mann. So. So, dass ich irgendwo hier wieder rauskomme. Er wackelt halt auch immer noch, ne? Gott, finde ich, wenn ihr so ernst ist, dass ihr ganz viele sind, dass ihr einfach der ganz permanent wackelt. So. Ja. Woher, das brauche ich. Du lässt bestimmt... ...nurte Sachen fallen. Ja, erst mal... Oder du sitzt hier in die Wand rein. Nicht so geil. So. Boings. Wo ist der jetzt hier? Ähm, ähm, ähm. So, da ist ein Stein. Nee, das ist kein Stein, das ist ein Krug. So, hier ist der damit. Wo der eventuell halt sein könnte. Ja, Moment. Hey, der fackert die ganze Zeit, ne? So, aha. Da oben ist er. So. Yeah, nimmst du. Habe ich dich gefunden. Okay, das muss ich gleich mal wieder raus auf der Karte nachgucken, ob das wirklich die sind, die ich schon habe. Ähm. Ja, und überlege mal, vielleicht soll ich mir echt was zu essen machen. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, ja wirklich. So, Übungsplatz. Hier ist noch ein anderer. Hier ist noch ein anderer Krok irgendwo. Na, klasse, ey. So, das ist dann vielleicht doch der hier irgendwo drüber. Dann gucke ich nochmal hier schnell nach, ob hier irgendwo was hängt. So. Spinnennetz verbrennen, oder was? Das musst du auch noch nie machen, jetzt aber schon. So, der könnte mir vorstellen, dass der hier irgendwo ist. Ähm. Ist da die Daumen Stein, oder ist das ein Kuh? Wartet mal. Ach, Mensch. Hau, doch ab. Oh, hier geht's ja gar nicht lang. Ups. So, muss ich an der Seite lang latschen. So. Oh, dankeschön. So. Kann sein, dass hier ein Stein ist. Ne, sind alle... Oh, sind zwei Thronen. Oh, geil. So. Alter, ich glaube, wenn die mich hier in Ruhe lassen, muss ich dann erstmal hier den Part bilden. So. Ist hier irgendwas? Oh, ein Hunni. Geil. Ähm. Ähm. Ja, ich glaube, ich muss halt auch echt, äh. Den Ort hier erstmal verlassen, weil ich nicht mehr weiß, wo hier alles ist. Wartet mal, wie mach ich das nochmal? Genau, Ort verlassen. So. Machen wir einfach mal. So. Dann hake ich mal die Dinger ab, die ich jetzt schon gefunden habe. Die werden ja trotzdem zurück angezeigt. Und dann, ja, machen wir beim nächsten Part weiter. Es fehlen noch 13 Crocs. Noch 13. Ja. Und ich glaube, das wird halt noch eine Weile dauern, weil das Schloss ist so riesig. Und man hat halt keine Markierung mehr. Man verliert die Orientierung. Und die Maske hat so einen großen Radius, bis sie wackelt. Vor allem, wenn so, das Schloss ist ja an sich, ist zwar groß, das Schloss, aber... Ja, also, ja, wenn der irgendwann anfängt zu wackeln, besteht die Chance, dass er über dir ist, genau auf deiner Ebene oder halt unter dir, weil die ganzen Räume überall sind. Oh, weia. Na, ich hab schon nicht umsonst den Ort hier zum Schluss ausgesucht. So. Aber dann lass doch mal kurz gucken. Genau. So, hier diese drei habe ich gefunden. Ja. So. Und so. Und ich habe die hier gefunden. Okay. Den. Der war tatsächlich da drunter. Und den. So. Dann fehlt hier noch einer. Ah, der wird dann hier auf der Mauer sein. Okay. Auf der Mauer. Und ja, ihr seht, hier finden halt echt noch viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, der wird auch irgendwo drin sein. Der ist vielleicht sogar noch draußen. Mal gucken. Tja. Leute, denn. Ja man, wie markiere ich mir denn innen drin da irgendwie? Was? Das ist voll doof. Okay. Also auf der Mauer. Dann ist hier noch einer auf der Mauer. Dann renne ich vielleicht echt mal als erstes die Mauer hier lang. Und fliegt dann hier hoch zu Zeldas Dings. Den letzten holen. Hier ist noch einer auf der Mauer. Ich hoffe es. Oh, der ist irgendwo da drunter. Einfach eins blöd. Hier sind noch zwei oben drauf. Okay. Und gleich gehe ich erstmal hier lang. Ja. Dann fliegt dann hier runter. Okay. Gut. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.